Hallo und herzlich willkommen bei Sammlerwelten. Ja, ich habe heute nochmal für euch einen Booster Transformers. Das Video hat euch sehr gut gefallen, wo ich die anderen Booster aufgemacht habe. Ich habe jetzt noch einen Booster von den Transformers Sammelkarten Serie 4 und ja, das werde ich jetzt öffnen. Der Grund, warum ich nur einen Booster habe, ist, der Kiosk hatte nur noch einen Booster, wo ich war. Und dann habe ich dem das letzte Booster abgekauft, damit er auch seine Box leer hat. Dann ist wieder Platz für neue Karten. So muss man das sehen, ne? Und ja. So, Ratchet, okay. Ein Autobot. Noch ein Autobot. Strafe, okay. Entschuldigung, ich hatte gerade ein bisschen Husten, da habe ich das einmal gemutet, das Video. So, Crosshairs. Ein Autobot. Eine Foilkarte sogar. Einmal ein Plane Intel. Ein Radarplane. Okay. Cool. Und ein Skopanok. Okay. Das waren, äh, fünf Karten hier drinne. Das ist ein sehr kurzes Video. Auch für meinen Kanal ist es kurz, ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und tschüss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.